Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Wir spielen heute eine Runde, wenn ich du wäre, diesmal mit VivaD, mit einer Sonderregel. Lukas, weil du dabei bist heute, habe ich mir eine besondere Regel ausgedacht. Du darfst einmal, wenn ich du wäre, sagen, ich zweimal hintereinander, einfach weil du es bist, damit ich dich richtig schön abfacken kann. Das Ziel ist es heute, Lukas, dass du wirklich komplett hier ausrastest und tiltest und mach dich jetzt mal bereit, Lukas. Ja, warte, darf ich anfangen? Von mir aus, ja. Okay. Revi, wenn ich du wäre, würde ich mir die klitzernde Streiterin jetzt einfach als Geschenk mal rüberschicken. Nee, Digga, nee, 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 nee. Ich habe es schon gesagt, doch. Wer ist denn die klitzernde Streiterin? Hä? Die kostet zwölf Euro, Junge. Wie geht das? Wie mache ich das als Geschenk? Wie geht das denn? Du musst kaufen und dann steht da irgendwo als Geschenk. Nee, ich habe jetzt erfolgreich gekauft. Und jetzt? Nein, du musst nicht für dich kaufen, Junge. Du musst für mich kaufen. Ich kann das nicht kaufen als Geschenk. Ich kann hier nur Erwerben drücken. Als ob das nicht mehr geht. Tja, Lukas, ich habe es jetzt zwölf Euro umsonst ausgegeben. Lukas, an der Stelle dann, wenn ich du wäre, würde ich mir ganz kurz die rotnasige Räuberin, die du schon hast. Nee, nee. Was? Doch. Äh, äh, ich habe keine V-Bucks. Ich habe ohne Scheiß. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt für 100 Euro V-Bucks kaufen. Lukas, bitte. Junge. Lukas, bitte. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt für 100 Euro V-Bucks kaufen. Ich habe mir diesen Müllskin gekauft, den ich nicht mehr haben wollte wegen dir, Alter. Aber für 100 Euro, was ist das? Kommen wir auf 100 Euro V-Bucks? Machst du eine kurze Aufnahme davon, bitte? Ja, ich mache eine Aufnahme. Wenn du mir schon so scheiße ankommst, Lukas, dann musst du richtig leiden. Junge, du Kleine. Ja! Okay, ich habe jetzt gekauft. Super, Lukas, dann mach dich mal ready. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, meine Freunde. Da ich ja tatsächlich zweimal hintereinander dran bin, weil ich meine, wir spielen ja hier eine Assi-Runde gegen Arvive HD. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt die ersten fünf Waffen, die du findest, einfach mir geben. Ja, wahrscheinlich fünf Waffen, oder? Ja. Hast du die jetzt auch noch selber gekauft, du Affe von den V-Bucks? Ja, sieht gut aus. Ja, jetzt habe ich ja wieder welche. Das ist dumm, Alter, Wahnsinn, das geht schon wieder richtig scheiße los in das Format. Okay, also Lukas, ne? Fünf Waffen. So, schauen wir mal ganz kurz, wo wir landen. Ich habe jetzt wirklich zwei Wochen einfach keinen Fortnite mehr gespielt, weil ich war ja Fernsehstar bei ProSieben Wintergames, hast du bestimmt mitbekommen. Ja, da überdreht er. Da überdreht er. Es dich da hinhauen können. Jetzt. Ich sammle jetzt einfach fünf Waffen. Das sind nämlich die ersten Waffen, die ich finde. Nicht hier in der Lobby. Ja, doch. Lukas. Ich habe nicht gesagt. Ach, Junge, du Missgestalt, Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Viel Spaß damit. Kleiner Bastard, Alter. Jawohl. Egal, ich hole mir jetzt alle eine Ska, Alter, geil. Warum machen wir das eigentlich mit, dass du zwei geben darfst? Das ist übel unfair. Ja, genau. Lukas, wir landen mal in Retail Row, oder? Komm, gehen wir mal in Retail Row hier. Wenn ich du wäre, ich würde hier landen. Blau markiert und los. Was ist das da? Da ist gar nichts. Ja. Da ist gar nichts, so Wichser. Das ist doch nicht mein Problem. Du Hund, Alter. Ach, Lukas. Und das Schönste ist, ich muss nicht mal Waffen abgeben. Lukas. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich mir erstmal die ganzen Gegner vorbereiten und ich finische sie dann. Nur, dass du das machen. Du bist ja nicht mal hier, was soll ich da vorbereiten? Na, da musst du jetzt ganz kurz so lange ausharren. Und ich würde sagen, fünf Kills, Lukas, wenn ich du wäre. Let's go. Wow, ich lande in einem Haus, wo auch jemand ist und ich habe keine Waffe. Tja, das ist dann wohl nicht mein Problem. Sag mal. Aber gut, dass ich hier so schön außerhalb gelandet bin. Hier ist echt nichts los. Ich habe schon zwei Shotguns, da kann ich mich auf jeden Fall... Ich habe keine Waffe. Lukas, bitte. Ich habe keine Waffe. Denkst du an die fünf Gegner auch noch, ne? So. Ich könnte zu dir kommen, dir helfen, wa? Musst du selber wissen. Hier ist auch einer im Haus. Ja, ich bin im Arsch, Digga. Das ist mein Gegner. Ich hole dir noch schnell die Kiste, ja? Ja, ich verstecke mich hinter einem Baum. Super, dann bin ich gleich auch da. Oh oh, oh oh. Er hat eine Waffe. Ich komme da jetzt hier im Moment, ne? Digga, hier ist dicke Fetterein. So, nochmal schnell die Schildtränke hier reinziehen. Wir haben ja ganz kurz ein paar Matts hier noch, ne? Ey, ich habe zwei Leute vorbereitet. Kannst du die jetzt mal machen? Die sind One-Shot, beide. Irgendeine Waffe oder so muss doch hier sein. Oh. Ich habe einen tot. Digga, was haben die hier für Hotkeys? Oh, 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 hey, hey, was soll das? Oh mein Gott, verfugendes Microsoft-News-System, Digga. Lukas, du musst mich ganz schnell hochziehen. Hab einen. Zieh mich auch schnell hochziehen. Ey, Digga, genau in dem Moment kommt ne Schutze mit Microsoft-News rein. Italien und Großbritannien liegt die EU-Lam. Juckt es mich? Ich glaube nicht. Was für ein Müll, Alter. Alter, Microsoft zieh mich ins Knie, ohne Witz, Digga. Plötzlich stehe ich da, ich kann nicht mehr reintappen. Dieser Sound kommt. Alles klar. Lukas, wenn ich du wärst, starten wir noch mal ne Runde, oder? Ja. Boah, Junge. Alter, was für ne Scheiße, Alter. Okay, Leute. Wir landen jetzt mal gemeinsam. Lukas, wir landen hier beide bei Lazy Links bei diesem Haus, okay? Ja. Und dann holen wir zusammen erstmal ein paar Gegner und dann spielen wir ne Runde, wenn ich du wärst. Äh, ich bin dran, meine Aufgabe, ne? Ja, ja, mach du ruhig mal. Äh, 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 stattdessen. Ich hab tatsächlich nichts verstanden, weil du genau gerade gelaggt hast. Passt, ich bin dran. Lukas, wenn ich... Äh, das passiert nicht. Du lagst einfach immer noch. Wenn ich du wäre, würde ich mir besseres Internet kaufen. Äh, gib mir die Waffe hier! Lukas, bitte, du M***enboot. Gib sie. Lukas, wenn ich du will, dropp mir die Waffe. Jogi, du Opzion, helf mir doch! Ja. Wenn ich du will, dropp mir die Waffe. Ja, ist ja okay, Mann. Da, da, da. Hab einen. Da ist noch einer. Der ist hier im Haus. Oh, sch***. Habt ihr gelacht? Ist da noch einer? Ja, ja, einer ist noch. Ach, du hast den gerade genockt? Wenn ich du wäre, ist das mein Chak-Chak. Nein! Lukas. Wenn ich du wäre, singst du mir jetzt mal ein Lied. Oh, Lukas, du bist das letzte Stück Sch***. Deine Mutter, die findet dich nicht nice. Du bist hässlich und doch dumm und dein Bauch ist ziemlich rund. Und du bist zu hässlich, f*** ich doch ins Knie. Dein Bauch ist ziemlich rund. Oh, eine Scar für mich. Laber. Revi. Ja. Wenn ich du wäre, dropp mir alle deine Munition. Alles. Alles. Das macht gar keinen Sinn, du Affe, Junge. Lukas, stopp. Ganz kurz. Hör mir zu. Guck mal. Das ist wieder... Nein! Es ist die Aufgabe. Okay. Dropp mir deine Munition. Alles. Alles, was du hast. Lukas, wenn ich du wäre, dropp mir doch mal deine Munition. Davon die Hälfte. Nö, geht nichts doppelt. Lukas. Ja, ich habe gesagt, die Hälfte, nicht alles. Gib mir die Hälfte zurück. Nein. Du Mistgeburt. Gib doch jetzt zurück. Was soll denn das? Oh, gerade wenig Zeit. Digger. Vor uns, Gegner. Da, direkt vor uns. Digger, der chillt. Der chillt. Wenn du jetzt stirbst. Wenn du jetzt stirbst. Er wird sterben. Ich sag jetzt schon an. Der wird sterben. Oh. Beide down. Sorry, du Bro-Gamer. Naja. Let's go. Oh, da landen, glaube ich, noch andere gleich. Irgendwas geriftet. Ich komme mal hier rein. Schön gut nach. Kannst du mir mal... Was willst du? Was willst du? Du hast alles, was du brauchst. Du hast alles, was du brauchst. Äh, lol. Guck mal hier unten. Ich würde sagen, let's go, oder? Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt die ganze Zeit auf Leute zufliegen und so tun. Und jetzt hätte ich einen Vietnam-Flashback. Das ist so... Das ist so dumm. Komm, steig ein. Flieg, Lukas. Ich habe gerade einen Flashback chillbar. Lukas, bitte, Mann. Jetzt fliegt doch, du Mist. Alles. Jedes Mal, wenn du schießt, musst du so schreien. Als hättest du wirklich Flashback. Oh, Junge, Alter. Das kann ja nur Scheiße werden. Äh, wie fliegt man? Junge, halt's den Maul, als ob du noch nie geflogen bist. Ah, mit S geht's nach oben. Okay, jetzt hab ich draußen. So, warte. Lukas. Ja, ich würde sagen, wir steigen mal aus. Warum? Komm mit. Du hast deine Aufgabe nicht erfüllt, Alter. Ja, ich geb dir jetzt aber eine Aufgabe. Was? Wenn ich du wäre, würde ich mir gleich zwei Kills vorlegen. Mach mal, klar. Kein Problem. Äh, so. Dränen. Okay, na, bei mir, Lukas. Komm mal her. Ja, ja. Ne, wirklich. Lukas, wo bist du? Oh, mein... Ich habe einen von dem richtig gut vongegeben. Das ist wie damals! Ja! Oh, Digga! Du hast Luftunterstützung. Einer knocked. Wie kann der nicht sterben? Lukas, bring ihn doch jetzt um. Ich habe ihn so lau gemacht. Du musst ihn nur töten, Alter. Ich kann ihn nicht noch mehr vorlegen als das. Lukas, ich schwöre dir, ich rastle euch aus, ne? Ich schieße... Ja, tut mir leid, was soll ich machen? Hey! Ja, Lukas, ganz ehrlich, Alter. Zehn Minuten habe ich draufgeschossen. Was soll ich sonst noch machen? Ja, sorry, dass ich fliegen musste. Oh, oh, goldes Kamm. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt gleich kurz mal in der Zone bleiben. Ach, Junge, so ohne. Ich habe mich gerade hochgehealt. Komm mit, wir gehen... Hab einen. Hab den anderen hinter mir. Digga, alles full. Wenn ich du wäre, würde ich trotzdem jetzt in die Zone gehen los. Was ist denn der... Oh, Junge. So dumm, Alter, ganz ehrlich. Ey, nicht looten! Was denn? Hast du nicht gedacht? Du bleibst, du bleibst. Lukas, wie lange? Bis ich dir das sage. Lukas, ich sterbe hier. Komm, wir können das noch gewinnen, Digga. Guck mal, wir können das noch gewinnen, Alter. Lukas, wenn ich du wäre, mach die Aufgabe weg. Warte, einmal, einmal tatsen. Ey, Luke, jetzt wieder rein. Tatsen, f***. Geh wieder rein. Nein. Guck mal hier, das würde ich dir eigentlich geben, aber den Ball nicht interessiert. Ey, Lukas, ganz ehrlich, das ist so unnötig, mit dir zu spielen. Du hast deine Aufgabe nicht gemacht. Halb deine Fresse, du hast deine Aufgabe eben zehnmal nicht gemacht, Alter. Hier vorne sind noch Gegner. Ich mach immer. Vor uns Gegner, oben im Flugzeug. Ich hab die geilste Aufgabe, die es gibt. Vor uns sind wahrscheinlich Gegner in W. Soll ich da mal alles kaputt machen mit meinem Beschütz? Lukas, wenn ich du wäre, würden wir da jetzt einfach am besten angreifen. Ne, 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 ich mach ja den. Ah, die sind unten. Bei W, unten. Da, wo ich hinschieße. Lukas, wenn ich du wäre, würden wir ganz schnell hier rübergehen mit dem Leiter, komm. Was ist das denn? Ey, Junge. Dieses Ding ist so behindert verbuggt, Alter. Es hat mich einfach runtergeworfen. Lukas, wenn ich du wäre, ziehen wir ganz schnell hoch, wirklich. Komm, wir können das doch gewinnen. Wenn ich du wäre, würde ich keinen epischen Sieg holen. Alter, das ist so eine Mitgeburtenaktion. Ich darf den letzten Kill machen. Ich darf gewinnen. Ja, ja, wuchst du ja eh nicht, aber passt. Ja, ich sag's dir nur, also warum chill ich eigentlich hier? Wenn ich du wäre, lass mal da ein bisschen, komm. Ah, da sind sie. Boah, jetzt, Digga, Raketenwerfer genau in eure Phrase. Oh, 100er-Hit. Hab ihn down. Da ist noch jemand. Wir müssen jetzt holen, Lukas, ne? Und der auch. Der ist da unten drinnen. Wo läuft der denn? Er ist down. Let's go. Digga, das ist so ohne, dass du jetzt den letzten Kill machen musst unbedingt, aber okay. Aber ich bereite dir vor, okay? Ja, sag ich doch. Genau, von wo? Von gegenüber direkt. Hast du Raketen? Komm mal her. Drop mal. Boah, Digga, die Mitgeburt. Der hat mich so getroffen. Die sind jetzt bei, ja, W, aber unten. Einer von denen ist super low. Hier, knall die jetzt ab. Ich bin genockt, ich bin genockt. Du musst holen. Der eine von denen ist super low. Pass auf, der wirft irgendwas. Der im Fluss ist super low und der andere auch, glaube ich. Nice. Der andere ist super low, Lukas. Hast du, hast du, hast du. Komm schon. Zieh durch, zieh durch. Nice, Mann, Digga. Sehr schön. Alter. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir 100 V-Bucks schenken. Junge. 100 V-Bucks. Leute. Okay, das ist nicht viel. Das war's von diesem wunderschönen Video. Revives, wenn das ist schade, Alter. Junge, dank mir hast du den Win. Also, sei mal leid. Digga, ich hab mich gerade extra zurückgehalten. Also, ich bitte dich. Oh, ja. Okay, Leute. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich küsse eure Augen. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jens. Tschüss, Jens.